Sohlenwende Du dribbelst von deinem Gegner weg. Währenddessen solltest du dich umblicken. Ist der Gegner ca. 1,5 Meter hinter dir, drehst du dich leicht nach innen und täuscht einen Pass nach innen an. Sofort ziehst du den Ball mit der rechten Sohle nach links und springst um. Dann geht es so schnell wie möglich Richtung Tor. Und so kannst du den Trick am besten üben. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.